Ich arbeite seit 35 Jahren auf der Intensivstation in Konstanz. Auch wenn sich viel verändert hat, bin ich geblieben. Unser Dokumentationssystem ist komplett digital. Anfangs war das eine krasse Umstellung, so ganz ohne Stift und Papier. Auch Blutdruck, Puls und Beatmung werden automatisch übertragen, sodass alles ordentlich dokumentiert ist. Und ja, man kann jetzt auch das Geschriebene der Kollegen immer einwandfrei lesen. Ich bin 60 Jahre alt und will von Intensiv in Konstanz nicht mehr weg. Medizinische Erfolge unmittelbar zu sehen, gibt mir Sinn und tiefe Zufriedenheit.